Ich mag euch was erzählen, was hat was zu tun mit Sonnenbrillen und Frauen? Es ist schon lange her, ein Schwank aus meinem Leben, nur ein kleiner Schwank, also hört bitte kurz her. Es ist schon länger her, es war Freitagabend, ich ging mit meinen Jungs in eine Bar und ich weiß es war etwas dick aufgetragen, doch ich mag Sonnenbrillen aufzuhaben, also schauten wir nach Leuten in dem Laden und dann sah ich eine Freundin an der Bar und ich wollte eine Fahrt machen. Ich fragte, Jungs, soll ich hier mal irgendeine Alte klar machen, dann pass mal auf jetzt. Also ging ich auf sie zu, ich machte einen auf cool und so ganz lässig meine Fliegerbrille ab. Dann hob ich meinen Kopf, blickte in ihr Gesicht und merkte plötzlich, das war sie gar nicht. Und dann sagt ich sowas wie, haben wir uns schon mal gesehen? Wir uns schon mal gesehen? Ich glaub es ist schon lange her. Nein, ich glaube nicht. Bitte lass mich jetzt nicht stehen. Und warum nicht, guck ich erstmal an, bevor du meine Freunde schauen her. Das war ihr leider egal und sie sagt nur, Könntest du dich umdrehen? Äh, ich mich umdrehen. Was? Denn du gehst mir auf den Nerv. Ich dachte wir können ein bisschen flirten. Wir und uns kämmen von wegen. Ach, äh, nicht. Und warum nicht eigentlich? Nicht mal wenn du gut aussehen wärst. Das seh ich also auch nicht. Rumgelaufen. Ja, es ist nicht immer gut mit Sonnenbrille rumzulaufen. Na ja, schwamm drüber, die Jahre verging. Ich stand in einem Club auf der Bühne um zu singen. Der Scheinwerfer hat mich geblendet. Und die Sonnenbrille hat mir Schatten gespendet. Und nach dem Gig ging ich raus zum Pinkeln. Und sah eine Frau aus den Augen winkeln und ratet was. Plötzlich kam sie auf mich zu. Ich dachte mir nur cool. Aha. Und so ganz lässig. Meine Fliegerbrille hat. Dann hob ich meinen Kopf. Aha. Und dann hob ich mich in ihr Gesicht. Und plötzlich erinnerte ich mich. Und sie fragte mich. Haben wir uns schon mal gesehen? Äh, 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 nein, ich glaube nicht. Ich glaub, es ist schon lange her. Ich hab mich, glaub ich, grad angepiegelt oder so. Bitte lass mich jetzt nicht stehen. Äh, hallo, ich steh doch hier. Kannst du bitte gehen? Meine Freunde schauen her. Die haben das jetzt auch noch gesehen, oder was? Bitte kannst du dich umdrehen? Aber warum? Ich muss doch jetzt rumdrehen. Denn du gehst mir auf den Nerv. Aber das ist doch gar nicht so schlimm, das kann auf jeden Fall passieren. Wir haben uns kennt von wegen. Aber ich dachte, wir kennen uns von von einmal. Nicht mal, wenn du gut aussehen wärst. Sag mir, was willst du eigentlich? Ich denke zwar dir, viel zu langweilig. Sag mir, wenn's nicht peinlich. Gehen zu mir. Wenn du heut mit mir kommst. Haben wir uns schon mal gesehen? Ich glaub, es ist schon lange her. Bitte lass mich jetzt nicht stehen. Meine Freunde schauen her. Bitte kannst du dich umdrehen. Wenn du gehst mir auf den Nerv. Wir holen uns gern von wegen. Nicht mal, wenn du gut aussehen wärst. Ja. Ja. Musik